Viele Themen lösen wir, da versuchen wir im Land zu lösen. Aber die allermeisten Themen lösen wir nur in einer großen Gemeinschaft. Klimaschutz, Entwicklung von Umwelt und Natur, das sind Themen, die lösen wir nicht in Niedersachsen oder Deutschland alleine. Da brauchen wir eine starke Gemeinschaft. Europa ist so eine starke Gemeinschaft. Und das Gewicht von Europa in der Welt, wenn es um Lösungen geht, ist deutlich größer als das Gewicht eines einzelnen Staates. Das müssen wir immer wieder deutlich machen. Es geht nicht bei Europa darum, dass wir Dinge nicht dürfen, sondern dass wir Dinge gemeinsam erreichen können. Und deswegen müssen wir jetzt den Menschen und ihnen allen vermitteln, dass es darum geht, Europa denen zu übergeben, die Europa gestalten wollen. Und nicht zuzulassen, dass die Europa übernehmen, die am Ende diese starke Gemeinschaft wieder nur zerstören wollen. Also versuchen wir hier zu uns eine starke Gemeinschaft. Also 어려 danger wenn es um sie in情ungunted 합국 sulla nebz, wenn es ein brauchierterasblemet ist. Und um in einem condensed und während derlesiaäten zuivent. Und dann würde das einmal einenamilyen sauberant систем. Und erst wird das einfach, wenn es die Promie๋b práçathe zu schwarzer. Weil es einfach hier nicht mehr particles so gut vivir. auch nicht über die Wir fob�러.